Ein Caracchio Formt am Morgen Gibt schöne Ferien Ohne Sorge Ohne Sorge Sie ist Kresli aus Lissabon So Freunde Und das ist die berühmtestige Bäckerei von ganz Lissabon und da machen sie die berühmten Nataschen, das ist eine kompetensische Spezialität und da in der Patisse Belen, da gibt es die besten Nataschen der Welt, sagt man, die machen 1500 Nataschen im Tag und anscheinend zeigt da den ganzen Tag so eine Stange. UNTERTITELUNG Das ist Kaskais Es war 30 km von Svon. Es ist ein sehr schönes, sehr schönes Stadt. Es ist ein sehr schönes Ort. Es ist ein sehr schönes Stadt. Auch an den呢en Svon. Es ist ein schönes Stadtzenthalten. Es ist ein männliches Stadtteil. Ja, Portugais Piker Gang, sehr gut, Piano Pikes, Sitzera. And fucking nice ladies on the bike. We'll be right back. 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 And we'll be right back. We'll be right back. And here, this is an absolutely hot spot. And a lot of people tell me, go in this bar, look at this stylish bar. I like that. And look at this bar, and this bar, and this bar is an absolutely hot spot. Look at this bar, and 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 this bar is an amazing view. And this bar, and this bar, and this bar, and this bar, and this bar is an amazing view. ist das unglaublich oder ist das awesome alright guys we take a mojito we say bye bye to Switzerland and around the world have a good time bye guys see ya when I see ya bye bye bye